Yo Leute, Leon, Galaxy TV hier. Heute habe ich Geburtstag. Ja, ich werde heute 13 Jahre alt. Das seht ihr auch in der Mitte von dem Bild, das ich euch einblende. Da ist ja eine 13. Wenn ihr die erkennt, die ist in der Mitte. Also, ja, dieses Video wird jetzt nicht so lang. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich Geburtstag habe. Ja, sorry, dass so lange keine Videos mehr kamen. Es war so lange. Also, wir hatten so viel Schule. Ich hatte so viel zu tun, auch von der Schule aus. Also, eigentlich war es nur die Schule. Es kommen aber wieder gescheite Videos. Also, okay, das ist jetzt mein Geburtstag. Ja. Also, es kommen jetzt wieder so Five Nights at Freddy's Theorie. Let's Plays kommen vielleicht auch. Ja, okay. Also, das war es mit dem Video. Ciao.